Ich bin John. Wie geht's? Ich bin Jamie. Alles klar? Alles bestens. Nötig kennenzulernen. Es passiert verdammte Scheiße jetzt. Während wir hier reden, wird irgendwo ein Kind befummelt. Was denkst du darüber? Ich denke nicht, dass sie das tun sollten. Ich denke nicht, dass sie das tun sollten. Willst du den Gang höher schalten? Ja. Du bist ein Naturtalent. Meinst du, deine Mutter findet das gut? Wahrscheinlich nicht, aber wen interessiert's? Meinst du, ich kann heute hier schlafen? Na klar, Mann. Schon mal geschossen? Fühlt sich gut an? Also, warum machst du nichts dagegen? Das ist dein Bruder, Barry. Ich wollte dir nur sagen, dass ich auf dem Weg nach Queensland bin. Ich weiß noch nicht, ob ich den ganzen Weg trampe oder den Bus nehme. Ich werde wohl eine Weile nicht nach Hause kommen. Kannst du es Mama sagen? Du musst dir gerne Sorgen machen, hörst du? Die sind nichts. Die sind allen scheißegal. Die sind alle scheißegal. Die sind alle scheißegal. Du bist ein Radi-Avon, drei Stunden. Kommst du?